wir hatten komische probleme mit unserer telekom leitung wohl wirklich eigentlich alles alles hier richtig machen also ich habe vier oder fünf internetleitungen hier und sieben acht neun computersysteme und smartphones und zeug also wir haben natürlich nur das was absolut notwendig ist so dass wir hier tun aber trotzdem ist immer irgendwo was was man doch wieder fixen muss und irgendwie reparieren muss und beobachten muss bei besuchen sie unseren infokrieg shop und schützen sie unsere arbeit wir haben einige sehr interessante pläne vorbereitet dazu brauchen natürlich dann entsprechendes kapital und damit er dieses versprechen auch halten kann verwahrt er die größten goldklumpen in diesen goldrichtigen safe der tresor schützt durch eine drei wandige tür mit zahlen kombination schloss ihre wertgegenstände gegen einbruch und durch die verwendung von hochwertigen feuerfesten spezialbeton auch gegen feuer der versicherungsschutz liegt für private haushalte bei 75.000 mark geteiltes glück ist doppeltes glück und walter freibudel hat auf seine alten tage nicht nur eine goldader sondern auch einen goldigen schatz gefunden ab heute ist alles gold was glänzt seine liebste hatte nun reich geschenkt aber was kann er noch für seinen freund das muli tun und da bekommt sogar ein alter klepper große ohren gerade eben hat er erfahren dass er in den verdienten ruhestand tritt walter freibudel transportiert seine goldklumpen in zukunft nur noch mit seinem niedelnagelneuen geländewagen der jeep wrangler von chrysler hat einen zweieinhalb liter vier zylinder motor mit 76 kw das heißt 103 ps natürlich mit geregelten katalysator der robuste vierrad antrieb und die servo unterstützte zweikreisbremsanlage sorgen für sichere fahrt bei jedem wetter das fünfgang getriebe und die servolenkung ermöglichen eine souveräne handhabung der bequeme innenraum bietet platz für vier personen die rückwand kann schnell und einfach zur laderaumvergrößerung vorgeklappt werden der jeep wrangler von chrysler fahrspaß wie ihn nur das original bieten kann und auch sie stoßen heute auf eine goldader wenn der preis stimmt bleiben sie uns erhalten bleiben sie frei besuchen sie unseren infokrieg shop unterstützen sie unsere arbeit wir haben einige sehr interessante pläne vorbereitet dazu brauchen wir natürlich dann entsprechendes kapital etwas in dir gibt wahr nichts sagt dir hier passt was gar nicht jemand führt uns an der nase rum ein 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 ein